Pesto. Der berühmte Klassiker aus Italien. Pesto bedeutet Zerdrücktes, denn traditionell wird es im Mörser zubereitet. Und das ist seine Heimat, Ligurien. Hauptstadt der Provinz ist Genua, auf Italienisch Genova. Daher der Name Pesto Genovese. Aber was ist drin? In der original italienischen Pesto, hier in Porto Venere in einem Laden, soll es das allerbeste Liguriens geben. Hand gemacht nach traditionellem Rezept. Wir machen uns auf die Suche. Aber erst einmal zu der Variante, die weltweit jeder kennt. Pesto im Glas. Beim größten Pestohersteller der Welt laufen täglich über 300.000 Gläser vom Band. Regisseur des Gläschen Balletts, Produktionsleiter Gianfranco Salati. Ob in diesen Gläsern die traditionelle Pesto Genovese steckt? Hauptzutat immer Basilikum. Für unser Pesto Genovese verwenden wir ausschließlich frisches Basilikum. Deshalb können wir auch nur von Mitte Juli bis Mitte September produzieren. Aber dann 24 Stunden an sieben Tagen die Woche. Basilikum vom Feld schmeckt intensiver. Gewächshaus kommt für den Hersteller daher nicht in Frage. Wir sind auf dem Hof von Giuseppe Bonatti, dem größten Zulieferer der Fabrik, in der Nähe von Parma. Nur acht Wochen im Jahr sind die Bedingungen perfekt für die Ernte von Basilikum. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um dieses Basilikum hier zu ernten. Denn in diesem Stadium hat es ein volles Aroma und die beste Qualität erreicht. Das sieht man daran, dass es jetzt zu blühen beginnt. Wenn wir jetzt warten, nur ein paar Tage mehr, wird das Basilikum fasrig. Und dann ist es nicht mehr brauchbar für die Produktion von Pesto. Wenn die Pflanzen wie hier schon blühen, ist es zu spät für die Ernte. Entscheidend für ein gutes Pesto, das richtige Basilikum. Es gibt viele verschiedene Varianten von Basilikum. Manche schmecken leicht nach Zimt, andere nach Zitrone oder auch nach Minze. So wie die aus Neapel. Um ein wirklich gutes Pesto zu machen, braucht man das Basilikum Genovese. Aus dieser Region. Es hat einfach ein tolles Aroma. Sehr intensiv nach Basilikum. Sehr frisch. Es ist einfach das Beste, um Pesto Genovese zu machen. Denn in dieser Gegend herrschen perfekte Bedingungen für den Basilikum-Anbau. Weiter südlich in Italien wäre die Sonne zu stark, weiter nördlich der Boden zu feucht. Kein Wunder also, dass das berühmte Pesto Genovese genau aus dieser Region stand. Wir ernten das Basilikum nur morgens, bis spätestens 8 Uhr. Dann ist noch Tau auf den Blättern. Der ist wichtig, denn dadurch hält das Basilikum sein intensives Aroma. Und das ist entscheidend für die Qualität des Pestos. Der Tau hält die Blätter feucht. So welken sie nicht in der Hitze. Basilikum, das später als 8 Uhr geerntet wird, nimmt der Hersteller nicht an. Giuseppe muss sich beeilen, damit die empfindlichen Kräuter schnell in den Kühllaster kommen. Schließlich soll die wertvolle Ernte auf keinen Fall welken. 45 Minuten später ist sie in der Fabrik. Dort wartet schon der Kälte-Check. Ich kontrolliere die Temperatur, sie darf nicht höher sein als 25 Grad. Sonst akzeptieren wir das Basilikum nicht mehr. Denn so ab 30 Grad wird es schwarz. 15 Grad, also ab in die Fabrik damit. 1600 Tonnen Basilikum werden innerhalb einer Saison in Pesto verwandelt. Erstmal muss es durch die Waschanlage. Aber was passiert mit dem Stiel? Der Stiel hat die gleiche Konsistenz und den gleichen Geschmack wie die Blätter. Deshalb können wir die gesamte Basilikumpflanze für die Produktion nutzen. Nach einer heißen Dusche wird das Basilikum in dieser Maschine klein gehäckselt. Hier entsteht der Basismix. Es ist wichtig, das Basilikum zuerst nur mit Salz und Öl zu mischen. Sonst würde es oxidieren und schwarz werden. Öl und Salz konservieren es. So bleiben die Qualität und das Grün des Basilikums erhalten. Dadurch kommen wir ohne Konservierungsstoffe aus. Danach landet der Mix in diesen Riesenboxen. Quasi überdimensional große Mixer. In jedem Container bereiten wir mehr als eine Tonne Pesto zu. Ein komplettes Rezept pro Container. Und davon produzieren wir mehr als 60 Stück jeden Tag. Also satte 60 Tonnen Pesto pro Tag. Weiter geht's mit Hauptzutat Nummer zwei, Käse. Typisch für Pesto ist ein Mix aus zwei Sorten. Hier werden Grana Padano und Pecorino verwendet. Ob das die traditionellen Sorten für Pesto-Cinovese sind? Wir verwenden ca. 60 Parmesanlaibe und 50 Pecorino-Laibe. Pro Tag sind das ca. 500 Kilogramm Käse. Dazu kommen noch Knoblauch, Salz und etwas Zucker. Fertig ist das Pesto jetzt aber noch nicht. Es fehlen noch Zutaten. Der Grund, es ist wichtig, alles in einer bestimmten Reihenfolge miteinander zu vermischen. Würden wir alles auf einmal reingeben, dann hätte das Pesto am Ende nicht die richtige Konsistenz. Wir wollen ein besonders cremiges Produkt, damit es sich perfekt mit der Pasta verbindet. Auch beim traditionellen Rezept im Mörser kommt zuerst nur ein Teil der Zutaten rein. Dann zerdrücken und dann erst der Rest. Nur so erreicht man die gewünschte Konsistenz. Traditionelles Pesto gibt es in Ligurien. Und in Porto Venere soll es das Allerbeste geben. In einem schmalen Gässchen finden wir die kleine Bottega, die in der Gegend berühmt ist für ihr Pesto-Rezept. Und tatsächlich, die Kunden stehen Schlange. Der Familienbetrieb von Gianrico und seiner Mutter Laura, seit drei Generationen, wird hier das Pesto-Geheimnis weitergegeben. Ich mache schon immer Pesto. 54 Jahre Pesto. Ich bin alt, aber meine lange Erfahrung macht mein Pesto so lecker. Meine Schwiegermutter hat uns damals das Geschäft vermacht. Und damit die Pesto-Tradition. Im Ort ist sie auch bekannt als die Regina del Pesto. Die Pesto Queen. Das Rezept ist immer noch das gleiche wie damals. Und wird täglich frisch zubereitet. Die Zutaten für Pesto Genovese sind vorgegeben. Laura erinnert sich, früher war Pesto machen richtig anstrengend. Immer nur mit dem Mörser. So verlangt es die Tradition. Extra für uns macht sie Pesto im Mörser. So wie damals. Und verrät tatsächlich ihr geheimes Rezept. Das finden nicht nur wir spannend. In Lauras Soße darf nur das Beste aus ganz Italien. Wir verwenden Basilikum aus dem Ort Prah bei Genua, weil es einfach das Beste ist, das es gibt. Die Blätter sind besonders fein und intensiv. Dann Pinienkerne aus Pisa, weil sie richtig lecker sind. Meersalz, aber grobes. Knoblauch, Parmigiano Reggiano, Pecorino aus Sardinien und Olivenöl extra vergine. Das Beste. Das Geheimnis der traditionellen Zutaten für Pesto Genovese ist schon mal gelüftet. Aber wie wird sie gemacht? Wichtig, zuerst nur Basilikum, Knoblauch, Meersalz und Pinienkerne. Das Salz zerreibt den Knoblauch, die Pinienkerne und das Basilikum. Alles auf einmal rein, das funktioniert nicht. Dann kriegt man das Basilikum auch nicht fein. Das Geheimnis der Zubereitung, alles Schritt für Schritt. Und Käse erst zum Schluss. Er sorgt für die richtige Konsistenz. Wenn man Pesto auf diese Weise macht, wird es perfekt. Lecker. Das Beste der Welt. In der Fabrik wird uns sofort klar, traditionelles Pesto Genovese ist das nicht. Sonnenblumen statt Olivenöl, Cashews statt Pinienkernen, Grana Padano statt Parmigiano. Doch das ist üblich bei Fertigpestos. Einige Zutaten werden ersetzt. Denn mit den Originalzutaten ein Pesto zum Supermarktpreis zu produzieren, ist schlichtweg unmöglich. Kein Wunder, Pinienkerne kosten im Schnitt dreimal so viel wie Cashews. Und Olivenöl circa viermal so viel wie Sonnenblumenöl. Deshalb heissen diese Soßen meist à la Genovese oder Pesto Verde. Denn nur mit den Originalzutaten darf es den Namen Pesto Genovese tragen. Tatsächlich eignen sich manche der Originalzutaten aber auch gar nicht für die Herstellung von lange haltbarer Pesto. Reines Olivenöl oder Pinienkerne würden mit der Zeit den Geschmack verändern. Cashewkerne haben einen geringeren Fettgehalt als Pinienkerne. So bleibt der Geschmack der Pesto konstant, sonst würde es nach einiger Zeit ranzig schmecken. Außerdem ist die Verfügbarkeit auf dem Markt entscheidend. Es gibt mehr Cashews als Pinienkerne. Schließlich braucht der Hersteller riesige Mengen. Pro Saison landen über 400 Tonnen Cashews in Pesto. Sie kommen zum Schluss dazu und werden nur untergerührt, damit die Stückchen erhalten bleiben. Bevor das Pesto ins Glas darf, der Qualitätscheck. Perfekt. Es hat die gewünschte Cremigkeit, die Besonderheit unseres Pesto. Das erreichen wir übrigens mit der extrem hohen Geschwindigkeit unserer Mixer. Hier in Parma werden die Gläser für die ganze Welt produziert. Abgesehen von den USA. Das heißt circa 30 Millionen Gläser. Und das in nur zwei Monaten. Zwar kein Original-Pesto Genovese, aber immerhin die meistverkaufte Pesto im Glas. Und das traditionelle Rezept ist ja auch ratzfatz selbst gemacht.